Es ist ganz schön viel los heute hier. Ja, es ist monumental, der Dom hier. Das ist gigantisch, wenn du so unten stehst und so hochguckst, wenn du bedenkst, wann der gebaut wurde. Welchen Möglichkeiten und Mitteln daraus. Also es ist schon toll, wie es hier in Köln ist. Ganz monumental. Hier ist ja auch einiges geboten, sehe ich. Ich glaube, hier werden wir auch einige Probanden finden, die in Hypnose gehen wollen. Ja, schauen wir mal. Hier sind Japaner auch. Ich sehe viele Ausländer. Aber wir könnten Japaner natürlich energetisch in Hypnose versetzen. Das zeige ich nachher auch mal. Aber wir haben ein Problem. Wir können sie nachher nicht mehr aufwecken. Ich kann kein Japanisch. Wenden wir uns eher an den Deutschen. Neptuanisch wird auch nicht funktionieren. Dann werden wir schauen, dass wir hier deutsche Probanden finden. Es sind ja immer noch genügend deutsche Mitbürger auch hier. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Und Hypnose vor dieser Kulisse, boah. Wirklich bombastisch. Dann lass uns mal losgehen und gucken, ob wir jemanden finden, der bereit ist, sich in Hypnoseverletznis zu lassen. Gerne. Okay. Auf geht's. Gut. Wir machen gerade eine kleine Dokumentation zum Thema die Macht des Unterbewusstseins Hypnose. Mein Name ist Carsten. Wie heißt du? Wie heißt du? Diana Klumpf. Diana. Okay. Diana, wärst du bereit, mit uns einmal die Macht des Unterbewusstseins auszuprobieren, dich mal in die Hypnose versetzen zu lassen? Ist das gefährlich? Bleibt da was über? Nein, es ist für einen gesunden Menschen, es ist vollkommen ungefährlich und wir nehmen alle Suggestionen, die wir im Laufe dieser Zeit nehmen, geben, wieder weg. Es bleibt keine Schäden, keine bleibenden Schäden. Alles, was wir machen, wird wieder aufgelöst. Sicher? Sicher, ganz sicher. Großes Ehrenwort. Ja, du wärst bereit? Das ist prima. Dann werde ich dir erstmal erklären, was wir jetzt überhaupt machen. Sechs, fünf, vier, drei. Und schlaf immer tiefer und tiefer sinkst du in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung. Immer tiefer und tiefer lässt du dich sinken in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Du kannst ganz gerade stehen und hörst nur noch auf das, was ich dir sage. Du hörst nur noch auf das, was ich dir sage und sinkst immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer. Und ich werde jetzt deine Hände jetzt gemeinsam zusammen nehmen. Du möchtest, dass ich deine Hände berühren. Ganz fest zusammen. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, wie diese Hände jetzt zusammenkleben. Wie diese Hände zusammenkleben, wie geklebt mit Superkleber. Mit richtig festem Superkleber kleben die Hände zusammen. Stell es dir ganz bildlich vor, presse deine Hände zusammen, wie mit Superkleber. Wenn ich dich gleich aufwecke, wirst du feststellen, dass deine Hände absolut fest zusammengeklebt sind. Absolut fest und steif zusammengeklebt. Und je mehr du versuchen wirst, gleich deine Hände zu lösen, desto weniger wird es gelingen, so fest sind deine Hände zusammengeklebt, wie mit Superkleber, absolut fest. Mach dich bereit dazu. Wenn ich dich gleich aufwecke, wird genau das eintreffen, was ich dir gerade gesagt habe. Die Hände sind absolut steif und fest zusammengeklebt. Und nichts kann sie trennen. Mach dich bereit. Eins, zwei, drei, war auf. Kannst du deine Hände mal auseinander nehmen? Versuch mal, ganz kräftig, einmal auseinander. Ist schwierig. Wenn du die Hände wieder zusammen nimmst, sind sie sofort wieder fest. Nehm sie mal zusammen. Und sofort wieder fest. Merkst du? Es wird immer fester und fester. Mit jedem Schnitt wird es fester und fester. Okay, versuch sie zu lösen. Es geht nicht. Versuch sie zu lösen. Es geht nicht. Versuch sie zu lösen. Es funktioniert nicht. Immer fester und fester werden die Hände. Immer fester. Hör auf zu probieren und geh in die Entspannung. Immer tiefer entspannt. Immer tiefer entspannt. Immer tiefer entspannt. Vollkommen ausgelöscht ist die Zahl 5. Und wir werden jetzt gleich schauen, wie gut du auf diese Suggestion reagierst. Die Zahl 5 ist vollkommen bereit. Eins, zwei, drei. Hau rauf. Hallo. Wir machen ein kleines Experiment. Ich möchte bitte immer kurz laut vor der Kamera zu zählen. Zähl mal. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Danke. Zähl nochmal meine Finger. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Finger. Das war seltsam. Machen wir nochmal. Und. Einmal noch. Und. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Okay, merken. Andere Hand. Nochmal von vorne. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Also sechs und sechs sind? Zwölf. Ich habe also zwölf Finger. Ist ja eigentlich seltsam, oder? Ja, acht, neun, zehn. Hallo. Hallo. Ich bin Wolfgang. Ich bin Kollege von Carsten. Und ich habe das gerade hier eben miterlebt. Ich bin ja ganz toll. Darf ich du sagen? Ja. Ist dein Name? Diane. Diane? Diane. Du kannst richtig toll zählen. Ich habe hier was. Weißt du, was das ist? Geld? Geld. Wie viel Geld? Der gehört dir, wenn du mir sagen kannst, wie viel Geld das ist. Wie viel Geld ist das? Machen wir es mal andersrum. Vielleicht erkennst du dann. Was ist das? Ein Buchstabe oder eine Zahl? Zahl. Zahl. Welche Zahl ist das? Sechs? Ja, ja. Leider nicht gewonnen. Leider verloren. Leider verloren. Aber okay. Wir können einen anderen Versuch machen. Bist du einverstanden? Ja. Kurz einer Versuch? Okay, ich schau mal auf meinen Finger. Und schlaf. Immer tiefer und tiefer lässt du dich sinken. Immer tiefer und tiefer. Und die Zahl fünf heißt ab sofort Mu. Die Zahl sechs heißt ab sofort Mäh. Die Zahl fünf heißt ab sofort Mu. Die Zahl sechs heißt ab sofort Mäh. Du zählst also eins, zwei, drei, vier, Mu, Mäh, sieben, acht, neun, zehn. So ist es richtig. So hast du es gelernt. Du bist felsenfass davon überzeugt, dass das stimmt, was du sagst. Und du wirst dafür vehement eintreten. Mach dich bereit. Wenn ich gleich erwache, wird genau das eintreffen, was ich hier gesagt habe. Eins, zwei, drei, war auf. Okay. Wir machen noch einmal kurz ein Zeitexperiment. Einmal kurz bitte einmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, Mu, Mäh, sieben, acht, neun, zehn. Korrekt. Vollkommen korrekt. Einverstanden? Ja, ja. Okay, das geht auch ohne Hypnose. Perfekt. Hast du das besser? Vielleicht. Komm mal rüber. Ja, Mann. Yeah. Komm mal zu uns. Komm mal her rüber. Das ist fies. Ne, einmal keine Hinsen rüber. Und mal so auf die andere Seite. Genau. Perfekt. Sehr gut. Soll ich zählen? Ja, zähl mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ne. Eins, zwei, drei, drei. Das ist noch ein bisschen schwer. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Okay. Zähl mal weiter bis zehn. Okay? Okay. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Soll ich verstanden? Ne. Was stimmt nicht? Mu, meh. Also das hier ist? Mu. Und das? Meh. Das war das? Auf welcher Schule warst du? Landrat-Dukas-Gymnasium. Und da heißt das wirklich? Fünf. Und wie heißt das bei euch? Mu. Und da? Komisch, oder? Meh. Schon seltsam. Ja. Ja. Ja, ja. Bekomme ich den Bewusstsein? Schau mal. Wie viel Geld ist das? Mu. Euro. Mu Euro. Mu Euro. Mu Euro. Mu Euro. Mu. Okay. Ein Mu. Na gut. Okay. Ja. Also gut. Da war ich hier ein Mu. Okay. Auch öfter mal was Neues. Genau. Danke. Keine Ursache. Okay. Dann schauen wir mal bitte kurz hier hin. Und schlafen. Ich zähle gleich von eins bis drei. Bei drei angelangt, bist du wieder vollkommen wach. Vollkommen wach und es geht dir richtig, richtig gut. Sämtlicher Einfluss ist dann von dir genommen. Sämtlicher Einfluss von mir ist dann von dir genommen. Du bist vollkommen frei von meinen Suggestionen. Alles, was ich im Laufe dieser Hypnose zu dir gesagt habe, ist vollkommen von dir genommen. Du fühlst dich gleich nach dem Erwachen richtig, richtig gut. So als wenn es einer der schönsten Tage deines Lebens ist. Mach dich bereit. Gleich bist du hellwach. Und kannst alles tun, wozu du Lust hast. Mach dich bereit. Drei, wach auf. Das war's schon. Geht's dir gut? Ja. Perfekt. Dann danke ich dir sehr, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, es war ein bisschen spaßig. War lustig. Weißt du noch, was du gemacht hast? Freu dich auf die Dekordi. Vor. Hab gagn san. Du hast. Wie soll ich dir Ilke. Ich spreche mich mal für den Eualtag. Das ist das, was du gemacht hast. Ist mir auch die Dekord machen. Aber das gouvernement war. Wie soll ich es sein. Und das eine Verr Shiva macht. Wie soll ich dir sein. earβ. wag. Tür. Aber das war es bei mir 달라. Untertitelung des ZDF, 2020